Herzlich Willkommen zu unserem Luxus Lashes Guide. Heute dreht sich hier alles um die korrekte Gesichts- und Wimpernreinigung. Los geht's! Falls einiges an Make-up getragen wird, geben Sie zuerst etwas von unserem Make-up Remover auf ein Wattepad und fahren Sie vorsichtig über das Auge und Gesicht. Für die anschließende Reinigung können Sie unseren Reinigungsschaum verwenden, den Sie am besten mit unserem Reinigungspinsel in kreisförmigen Bewegungen auf Ihre Wimpern auftragen. So gelangen Sie in alle Zwischenräume und entfernen gründlich Bakterien und Schmutz. Mit einem größeren Pinsel oder Ihren Händen reinigen Sie mit denselben Bewegungen den Rest Ihres Gesichtes. Alternativ können Sie etwas von unserem Reinigungsgel auf ein feuchtes Schwämmchen geben und so Ihr Gesicht und Ihre Wimpern säubern. Sie können anstatt eines Schwämmchens natürlich auch Ihre Hände verwenden. In beiden Fällen spülen Sie Ihr Gesicht anschließend gründlich mit Wasser ab. Wir hoffen unser Guide hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!